Ich möchte euch etwas weitergeben, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, die letzten Tage. Ich glaube, dass es ein prophetisches Wort heute Morgen ist, ein wegweisendes Wort für die nächsten Wochen, Monate, weil da ist ein Bewegen im Geist, da ist eine geistliche Aktivität. Ich weiß nicht, wer von euch das spürt, aber ich spüre das immer stärker, die letzten Tage, da ist eine geistliche Aktivität, eine Verstärkung, ich sage mal, der seismischen Aktivität im Geist. Halleluja. Und ich glaube, eine Schlüsselstelle für diese Zeit ist Jesaja 60, Vers 1 bis 2 und die andere ist Apostelschichte 3, Vers 19. Jesaja 60, 1 bis 2 heißt es, Und Gott spricht zu seiner Gemeinde hier, das ist ein prophetisches Wort, auch für die neutestamentliche Gemeinde. Und er sagt, steh auf, sei Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Halleluja. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe rings um deine Augen und sie, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Aber es sind diese zwei Dinge, die offenbar werden in dieser letzten Zeit. Und das eine ist, das Licht der Herrlichkeit Gottes geht auf über der Gemeinde in einer neuen Dimension. Und auf der anderen Seite erhebt sich die Finsternis in der Welt. Finsternis bedeckt die Erde und dunkel bedeckt die Völkerschaften. Die Welt versinkt in größerer Dunkelheit, aber die Gemeinde Jesu erhebt sich in größerer Kraft. Bist du dabei? Gehörst du zur Gemeinde Jesu? Halleluja. Die Gemeinde Jesu erhebt sich in größerer Herrlichkeit. Die zweite Stelle, von der ich glaube, dass sie sehr wichtig ist in dieser Zeit, ist Apostelichte 3,19. Halleluja. Ich habe sogar ein Buch geschrieben, ausgehend von dieser Stelle, die Wiederherstellung aller Dinge. Apostelichte 3,19 heißt es, so tut nun Buße, so kehrt um und bekehrt euch. Also wendet euch Gott neu zu, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sendet. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Ich glaube, es geht um Beschleunigung. Amen. Sag mal Beschleunigung. Zweiter Petrus 3, Vers 12 heißt es, dass wir die Ankunft des Tages Gottes beschleunigen sollen. Das heißt, den Plan Gottes kann man beschleunigen oder man kann ihn auch verlangsamen. Aber Gott hat die Gemeinde berufen, also die Finsternis will immer die Pläne Gottes verlangsamen, möglichst blockieren. Aber Gott hat die Gemeinde gerufen, Gott hat dich gerufen, um die Pläne Gottes zu beschleunigen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Beschleuniger. Und es geht tatsächlich um diese Wiederherstellung aller Dinge. Es geht um diese Wiederherstellung all der Dinge, die die Propheten bereits im Alten Testament vorausgesagt haben. Die Wiederherstellung all der Dinge, die wiederhergestellt werden müssen, auch hier auf der Erde, bevor der endgültige Tag Gottes kommt, bevor die neue Schöpfung und der neue Himmel kommt, bevor die Wiederkunft des Herrn kommt. Vorher muss diese Wiederherstellung geschehen. Und ich glaube, und das habe ich wirklich prophetisch die letzten Tage so stark empfunden, und Gott hat mich da reingezogen, ich glaube tatsächlich, dass die nächsten Wochen, genauer gesagt, die nächsten zwölf Wochen ein entscheidendes Zeitfenster sein werden. Und ich habe sowas noch nie proklamiert in dieser Art, und ich bin auch nicht der Freund davon, ständig irgendwelche Zeitfenster zu öffnen für irgendwas, was irgendwo passiert. Und du kannst viele Klicks im Internet bekommen, wenn du wieder sagst, was passiert die nächsten zwei Jahre, was passiert die nächsten fünf Jahre, wo sind wir in zehn Jahren und so weiter. Aber weißt du, Gott hat letzten Dienstag zu mir gesprochen während dem Intensivabend. Und plötzlich sagt er zu mir und sagt, Georg, berechne mal die Zahl der Wochen vom kommenden Sonntag bis zu eurer großen Herbstkonferenz vom 30. September bis zum 2. Oktober. Und wir haben ja diesen Termin für diese Herbstkonferenz schon vor Monaten festgelegt, und wir haben es aus ganz banalen Gründen für diesen Termin festgelegt. Nämlich, wir haben uns einfach gesagt, die letzten Jahre war es immer so, wenn wir unsere Konferenz Anfang November hatten, dann kamen wir immer gerade in die erste große Corona-Winterwelle rein, mit großer Panik überall in der Welt. Und da haben wir gesagt, dieses Jahr machen wir es so früh, dass wir vor der Welle sind, auf jeden Fall, egal was auch immer für Wellen kommen, haben wir gesagt, okay, 30.9. bis 2.10. ist safe. Also haben wir die Konferenz schon vor Monaten auf diesen Termin festgelegt und mit Adam Thompson und Steve Swanson und Bruder Jün gesprochen und diesen Termin festgelegt. Und haben uns nichts weiter dabei gedacht, außer, dass es ein guter Termin ist, was Corona angeht. Und plötzlich sagt Gott letzten Dienstag zu mir, berechne mal die Zahl der Wochen vom kommenden Sonntag bis zu eurer Herbstkonferenz. Und ich habe durchgerechnet, so den Kalender durchgerechnet und ich kam da drauf, es sind genau zwölf Wochen von heute ab. Das sind es genau zwölf Wochen bis zum 2. Oktober. Und zwölf mal sieben, zwölf mal sieben Tage. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit bei Gott. Zwölf ist die Zahl der Vollendung. Zwölf mal sieben ist vollendete Vollkommenheit. Also ein vollendetes, vollkommenes Zeitfenster, sagte Gott zu mir. Ein Zeitfenster, in der etwas, und er begann dann zu mir zu sprechen, nachdem ich das ausgerechnet hatte, begann er zu mir zu sprechen, weil natürlich habe ich gleich verstanden, zwölf mal sieben, das ist schon etwas Besonderes. Und dann sagte er zu mir, ich gebe dieses Fenster, dieses spezielle Fenster, um tatsächlich Weichen zu stellen und Dinge im Geist zu positionieren für die auf euch zukommende Zeit. Dieses Zeitfenster, hat er gesagt, ist wie ein Fenster des Übergangs in eine neue Zeit hinein. Und als ich dann weiter so drüber nachgesonnen habe, schaue ich weiter in den Kalender rein und denke, sagen wir mal, Ende September, da ist doch auch interessant, ich schaue mal in den jüdischen Kalender rein, weil der jüdische Kalender ist ja der Kalender Gottes, so wie Gott ihn festgelegt hat im Alten Testament. Und dann stelle ich fest, zwei Tage vor unserer Konferenz beginnt das neue jüdische Jahr, ist Rosh Hashanah zu Ende. Beginnt das neue jüdische Jahr, zwei Tage oder drei Tage, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, nach unserer Konferenz ist Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Das heißt, es ist tatsächlich vom Kalender Gottes her genau dieser Zeitpunkt des Übergangs in eine neue Zeit. Zwölf Wochen von heute. Da dachte ich, wow, das ist ja wirklich interessant, hatten wir auch nicht überlegt, als wir die Konferenz festgelegt haben. Manche legen ihre Konferenzen immer nach dem jüdischen Kalender fest, machen wir normalerweise nicht, wir lassen uns einfach vom Heiligen Geist führen, weil wir sind im neuen Bund, weiß den Herrn. Aber in diesem Fall war es interessant, einfach diese Bestätigung zu sehen, Zeit des Neuanfangs, Ende September, Anfang Oktober. Und Gott sprach so zu mir und sagte, ja, was ihr in dieser Zeit, in diesen nächsten zwölf Wochen, was ihr im Geist setzt, wird euch begleiten. Und nicht nur euch, sondern wird wirklich, wenn der Leib Christi das wahrnimmt, wird wirklich dieses Land und auch die umliegenden Nationen für eine längere Zeit, die darauf folgt, begleiten und entscheiden, in welche Richtung es geht. Amen. Weil wir von euch wissen, das Finstern ist die Erde bedeckt. Ich meine, Corona war eigentlich nur eine kleine Krise. Jetzt haben wir Krieg in Europa. Manche sagen schon, wir wissen nicht, ob wir nächsten Winter noch eine warme Wohnung haben, was die Inflation macht und dies und jenes. Weißt du, es ist ja wie eine Explosion von Krisen im Geist. Und die Welt hat keine Antworten. Amen. Das größte Problem in der Welt ist, auch der heutigen Generation, auch von Politikern und so weiter, das größte Problem ist, dass sie versuchen, ihre Antworten allein in menschlichem Verstand und menschlicher Weisheit zu suchen. Und ich sage dir, die Krisen werden zunehmen bis zu dem Punkt, wo die Menschen erkennen, ohne die Weisheit Gottes kommen wir nicht weiter. Amen. Ohne Gottes Reden, ohne Gottes Strategie kommen wir nicht weiter. Es gibt keine Lösungen im menschlichen Verstand. Es gibt keine Lösungen wirklich im natürlichen, sondern wir brauchen die Strategien Gottes. Und Gott sagte so zu mir, ja, diese nächsten zwölf Wochen sind entscheidend. Und ich rufe euch auf, wirklich diese nächsten zwölf Wochen zu investieren, ganz besonders in diesen nächsten zwölf Wochen wirklich Zeiten auszusondern zum Gebet, auch zum Fasten, es zu verstärken durch Fasten. Und ich werde gleich auch noch was darüber sagen, in diesen nächsten zwölf Wochen, ich sage jetzt nicht, dass du die ganzen nächsten zwölf Wochen fasten sollst, sonst können wir dich ja bei der Konferenz dann mit dem Staubsauger aufsaugen. Aber ich glaube, dass Gott uns wirklich dieses Zeitfenster gibt, diese nächsten zwölf Wochen, um wirklich sowohl für unser persönliches Leben, wo du ein Wunder brauchst, wo du einen Durchbruch brauchst, wo du sehen möchtest, dass Menschen um dich herum, Menschen in deinem unmittelbaren Umfeld zu Jesus kommen oder durchbrechen einfach in die Herrlichkeit Gottes. Dann nutze wirklich diese nächsten zwölf Wochen als ein Zeitfenster, wo du immer wieder spezifisch Zeiten aussondernst für Gebet und für Fasten, um wirklich dich zu positionieren für diese kommende Zeit. Amen. Jetzt sage ich euch noch was. Gestern Mittag um 13.47 Uhr, genau, ich weiß es im Nachhinein genau, die Uhrzeit, ich sage dir gleich warum, saß ich vor meinem Computer und ich war genau an dem Punkt der Predigt, wo ich jetzt bin und in mir stieg diese Frage auf und ich sagte, Herr, weil ich habe sowas noch nie gemacht, die, die hier sind, wissen, ich habe noch nie gesagt, die nächsten zwölf Wochen sind entscheidend für den Lauf der Weltgeschichte oder sowas, so empfinde ich es fast, ja, jedenfalls für unser Land, habe ich noch nie gemacht und deswegen habe ich so gesagt, Herr, werden Sie mir das glauben? Ja, ich habe gesagt, Herr, ist es wirklich bestätigt genug, bist du dir ganz sicher, dass es so ist? Bist du dir ganz sicher, dass es so eine entscheidende Zeit ist? Und ich war gerade darüber nachzudenken und schaute genau auf diese Sätze, auf meinem Predigtmanuskript und in dem Moment spüre ich, wie so eine leichte Erschütterung durch meinen Schreibtisch geht. Und 30 Sekunden später etwa, eine halbe Minute später plötzlich, wackelt das ganze Haus. Und ich denke, wow, was ist das? Und dann bin ich sofort ins Internet gegangen und dann kam schon Erdbeben. Erdbeben, ja, Erdbeben, ich weiß nicht, wer von euch hat es gemerkt, die, die hier näher in der Region sind, haben es sicher gemerkt, das Epizentrum war in der Nähe der Schwäbischen Alb, also hier in dieser Region. Und dann habe ich nachgeguckt und habe geschaut, die Stärke des Erdbebens und habe festgestellt, dieses Erdbeben, weil wir haben hier nicht so oft solche, also es war wirklich ein massiver Stoß, es hat richtig gewackelt. Und ich bin schon kurz erst mal erschrocken, dachte ich, oh, wenn jetzt noch mehr so Stöße kommen, weiß ich auch nicht, wo das endet. Aber es war nur einer. Also ein starker, ein ganz leichter vorher und dann ein starker. Und dann stelle ich fest, dass es tatsächlich das stärkste Erdbeben in Baden-Württemberg seit 2009 war und das stärkste, das hier in der Region spürbar war, seit 2003. Und dann schaue ich auf die Stärke, die der Landes-Erdbebendienst angegeben hat für dieses Erdbeben und dann war es Stärke 4,1 auf der Richterskala. Und dann fällt mir sofort ein und ich lese diesen Bibelfers, Offenbarung 4,1. Und wie heißt es da? Offenbarung 4,1. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete und sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Amen. Halleluja. Und da wusste ich, Gott hat bestätigt, jawohl, er hat mir gezeigt, was für diese nächsten zwölf Wochen geschehen muss und er hat auch bestätigt, dass er in diesen nächsten zwölf Wochen wiederum zeigen wird, was in der kommenden Zeit geschehen muss. Amen. Wie von euch glauben, dass Gott manchmal Dinge in der Natur bestätigt? Ich erinnere mich daran, 2015 hatten wir eine Konferenz und eine Woche vor der Konferenz habe ich bei einer Abendveranstaltung habe ich durch den Geist plötzlich gesagt und ich meine, hier in Baden-Württemberg gibt es auch ganz, 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 ganz selten Tornados, aber ich habe durch den Geist damals gesagt, ihr wart dabei, ja, ich habe durch den Geist gesagt, Gott hat etwas Gewaltiges vor, wie ein Sturmwind bei dieser nächsten Pfingstkonferenz, wird etwas Gewaltiges passieren und als Bestätigung wird es innerhalb der nächsten 48 Stunden einen Tornado in Baden-Württemberg geben, der zwar niemand schädigt, aber der deutlich spürbar sein wird und es hat tatsächlich keine 48 Stunden gedauert und dann gab es im Süden Baden-Württembergs einen Tornado und die Leute sagten, es ist total ungewöhnlich um diese Jahreszeit sowieso und überhaupt in Baden-Württemberg, aber es gab diesen Tornado, der so eine Schneise durch den Wald geschlagen hat, nur durch den Wald, es wurde niemand verletzt, aber durch den Wald und auch das war ein Zeichen. Amen. Wie von euch glauben, dass Gott Zeichen in der Natur tut? Also für mich war es ab dem Moment, wo ich da saß und genau da auf meine Predigt schaute und dann bumm, es bebte, wusste ich, das ist, ich bin nicht mehr, ich bilde mir das nicht ein. Ich weiß nicht, was du daraus schließt, du bist frei, dem zu folgen oder nicht zu folgen, aber ich glaube tatsächlich, dass sich die nächsten zwölf Wochen oder für diese zwölf Wochen von Gott her oder dass Gott für diese nächsten zwölf Wochen wirklich ein Fenster gesetzt hat, wo wir tatsächlich auch durch unser Gebet und durch unser Fasten darüber entscheiden, wie wir positioniert sind für die dann kommende Zeit. Amen. Und ich weiß nicht, was in der dann kommenden Zeit kommen wird, wie gesagt, Jesaja 60 ist die Schriftstelle, finsternis bedeckte Erde, dunkel die Völkerschaften, aber über dir geht die Herrlichkeit des Herrn auf. Ich glaube, dass Gott etwas schiften will zu unseren Gunsten. Ich glaube, dass Gott etwas schiften will im Geist für seine Herrlichkeit, für die Freisetzung seiner Herrlichkeit. Aber er braucht seine Söhne und Töchter dazu. Amen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, egal ob du jetzt zur Glory Life Bewegung gehörst oder sonst irgendwo ein Sohn oder eine Tochter Gottes bist, ich möchte dich wirklich ermutigen zu prüfen im Geist, inwieweit du einfach auch gerade diese nächsten zwölf Wochen nehmen sollst und nehmen kannst, wirklich als eine Zeit der Aussonderung für Gebet und für Fasten. Amen. Ich lese dir ein paar Verheißungen. Halleluja. Verheißungen für Gebet. Was werden wir erleben, wenn wir beten? Halleluja. Matthäus 5,7 Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Ich glaube, dass diese Verheißung über die nächsten zwölf Wochen steht. Was du Gott bittest, was du Gott bittest in einer besonderen Weise bittest in diesen nächsten zwölf Wochen. Du wirst empfangen. Amen. Vielleicht brauchst du einen persönlichen Durchbruch mit der Berührung, vielleicht mit der Liebe Gottes. Vielleicht brauchst du ein spezielles Wunder in deinem Leben. Vielleicht möchtest du sehen, dass Menschen um dich herum zu Jesus finden. Vielleicht sehnst du dich danach, dass der Leib Christi einfach wirklich in eine neue Ebene durchbricht, der Freisetzung der Herrlichkeit und der Ernte in Deutschland, Österreich, Schweiz, Mitteleuropa und darüber hinaus. Amen. Was auch immer es ist, was du vielleicht schon lange bewegst, nimm wirklich diese nächste Zeit. Ich glaube, dass Gott, wie gesagt, wenn du dich die nächste Zeit darauf fokussierst und wirklich sagst, jawohl, da setze ich, weißt du, wie so eine, so Spezial, weißt du, es gibt ja jetzt, habe ich jetzt gesehen, da im Ukraine-Krieg setzen sich jetzt diese Spezialraketen, wie nennt sich das, Haubitzen da ein, die ganz gezielt wirklich ins Lager des Feindes reinschießen. Weißt du, und ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir im Geist so ein paar Haubitzen abschießen. Wirklich gezielt auf die Munitionsdepots des Feindes. Und gezielt in Richtung dessen, was Gott uns aufs Herz legt. Johannes 13, 12 bis 14 sagt Jesus, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Weißt du, er sagt, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das ist eine Verheißung für konkrete Gebetsanliegen, äh, Gebetserhörungen, Entschuldigung, ja, Anliegen und dann Erhörungen. Amen. Konkrete Gebetserhörungen. Mach es konkret. Weißt du, es geht nicht darum, es hat auch eine gewisse Effektivität, einfach zu sagen, okay, Herr, ich strecke mich aus nach mehr von dir, aber noch effektiver ist es konkret, ihn um etwas zu bitten und es wird dir werden. Und ich glaube, und ich spüre das schon die letzten Tage, es ist wirklich ganz interessant, da ist eine neue Salbung da, ich habe das bei mir an mehreren Punkten gemerkt, eine neue Salbung da, wirklich etwas konkret zu bitten und es wird genauso. Amen. Und zwar genauso. Du bittest konkret und es wird genauso. Nur ein kleines Beispiel, gestern ist unser Straßenteam auf die Straße gegangen, Evangelisationseinsatz auf dem Schlossplatz mit der Astrid, Halleluja, Preis den Herrn. Und ich habe immer, Samstagmittag von 14 bis 15 Uhr, habe ich immer meine 24 Stunden, sieben Tage die Woche, Gebetsstunde, mein Slot, ja, wo ich meine Stunde habe für das 24-Stunden-Gebet. Und das war genau der Zeitpunkt, wo sie begonnen haben mit dem Einsatz. Also habe ich natürlich auch für diesen Einsatz gebetet. Und ich habe wirklich so konkret gebetet, ich habe gesagt, Herr, lass diesmal sich fünf Leute zu Jesus bekehren. Und abends habe ich den Bericht bekommen von der Astrid und sie hat mir geschrieben und sie hat gesagt, es haben sich fünf Leute zu Jesus bekehren. Und das ist konkret. Das ist nur ein kleines Beispiel, aber weißt du, es ist konkret. Du bittest Jesus konkret und er hört konkret. Amen. Wenn ihr mich etwas bitten werdet, in meinem Namen zu werden, was ist dieses Etwas, worum du ihn bitten möchtest? Und ich sage dir, es muss nicht nur ein Etwas sein, sondern es können auch mehrere Etwas sein. Es kann etwas Persönliches sein, es kann etwas sein für jemanden um deinem Umfeld, es kann etwas sein für deine Stadt, für deine Nachbarschaft, für deine Region, für deine Nation, für den Leib Christi. Wenn ihr mich etwas, wenn ihr mich etwas bitten werdet, in meinem Namen, so werde ich es tun. Konkret. Halleluja. Konkretes Bitten schließt auch konkretes Sprechen ein. Markus 11, 23, sagt Jesus, wenn ihr oder wenn du zu diesem Berg sagen wirst, sprechen wirst, hebe dich hinweg und verpflanze dich ins Meer und nicht zweifeln wirst in deinem Herzen, wenn das geschieht, was du sagst, dann wird es dir werden. Also du sprichst konkret zu einem Berg. Halleluja. Wie von euch haben den ein oder anderen Berg in ihrem Leben momentan, zu dem es sich lohnen würde zu sprechen? Halleluja. Die nächsten zwölf Wochen ist ein besonderes Fenster. Sprich zu dem Berg. Wir werden Gebetserhöhungen erleben. Wir werden erleben, dass Berge sich verpflanzen. Wir werden erleben, dass Durchbrüche geschehen. Wir werden erleben, dass konkret Dinge geschehen. Noch eine Bibelstelle dazu, Hiob 22, Vers 28, wo es heißt, dekretierst du eine Sache oder proklamierst du eine Sache, eine Sache, eine konkrete Sache, proklamierst du eine konkrete Sache, so wird sie zustande kommen und über deinen Wegen leuchtet Licht auf. Amen. Das sind vorbereitete Werke. Ich sage dir, das sind vorbereitete Werke in deinem Leben. Vorbereitete Wege, auch diese nächsten Wochen und Monate, wie du beten sollst. Wie du konkret beten sollst. Wie du dich eins machen sollst mit dem Himmel, um Dinge konkret hier auf diese Erde zu holen. Was du nicht aus deinem eigenen Verstand heraus überlegst, sondern aus dieser Einheit mit Jesus, aus dieser Einheit mit dem Himmel heraus, wirst du inspiriert, Dinge zu sprechen, Dinge zu befehlen, Dinge zu bitten und sie werden dir werden. Amen. Halleluja. Streck dich aus. Welche Menschen liegen dir besonders am Herzen? Wo hast du vielleicht schon aufgegeben, schon länger aufgegeben? Wo bist du nachlässig geworden, vielleicht auch in deinem Gebet? Ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, dich ganz neu, mit ganz neuer Entschiedenheit auszustrecken. Halleluja. Da ist eine Salbung da, ich sage es nochmal, für konkrete Gebetserhöhungen. Und wir werden es gleich auch freisetzen jetzt am Ende der Predigt. Halleluja. Zweiter Punkt, Fasten. Oh, Halleluja. Sag mal, mein Lieblingsthema. Fasten. Was ist der Sinn von Fasten im Neuen Bund? Was ist der Sinn von Fasten? Jesus hat darüber gesprochen in Markus, Kapitel 9, Vers 29, als er den Dämon aus dem epileptischen Jungen ausgetrieben hat und die Jünger ihn gefragt haben, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, Vers 29, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet und Fasten. Amen. Mit anderen Worten, bestimmte geistliche Durchbrüche geschehen nur durch Gebet mit Verstärkung durch Fasten. Okay? Und zwar nicht deswegen, weil du dir mit dem Fasten irgendetwas vor Gott verdienst, sondern was ist Fasten? Fasten ist mal in allererster Linie ein Zeichen, das du setzt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ein Zeichen, dass du entschieden bist. Das ist mal das eine. Ein Zeichen der Entschiedenheit. Mit Fasten setzt du ein Zeichen der Entschiedenheit. Man könnte es so sagen, mit Fasten wirst du geistlich gewalttätig. Und Jesus hat davon gesprochen, Matthäus 11, 12. Er hat gesagt, von den Tagen Johannes des Täufels an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttätige reißen es an sich. Fasten ist eine Form der geistlichen Gewalttätigkeit. Halleluja. Ja, wir sind nicht gewalttätig im sichtbaren, im natürlichen Sinn, aber wir sind geistlich gewalttätig. Sag mal zu deinem Nachbar, du gewalttätiger du. Sag mal zu jemand hinter dir, du gewalttätiger du. Halleluja. Fasten ist ein Ausdruck von entschiedenem Hunger, kannst du auch sagen. Entschiedenem Hunger nach den Dingen Gottes. Amen. Und auf Hunger, das wissen wir, liegt eine gewaltige Verheißung von Gott. Matthäus 5, Vers 6 zum Beispiel. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Amen. Da liegt eine Verheißung auf Hunger. Fasten ist ein Ausdruck. Ja, schon im Natürlichen, meistens hast du ab und zu Hunger, wenn du fastest. Gut, ich habe schon gehört von Leuten, die wirklich so eine spezielle Gnade hatten beim Fasten, dass sie nicht mal Hunger hatten. Dann sei gesegnet, leg mir vielleicht nochmal die Hand auf. Da bin ich noch nicht immer ganz. Ich habe auch manchmal Hunger. Halleluja. Aber weißt du, das ist gut, weil es ist ein Ausdruck. Es ist ein geistlicher Ausdruck unseres Hungers nach mehr von Gott. Und da liegt eine Verheißung auf dem Hunger. Matthäus 21, Vers 22, auch eine Stelle. Alles, was ihr im Gebet glaubend begehrt. Mit anderen Worten, alles, wonach ihr im Gebet, im Glauben hungert. Ja, wonach ihr euch ausstreckt mit dieser Entschiedenheit. Es wird euch werden. Amen. Also liegt eine Verheißung auf diesem Ausdruck des Hungers und aus diesem Ausdruck der geistlichen Gewalttätigkeit. Und was Fasten noch bewirkt, ist, wusstest du, dass Fasten Gott nicht verändert? Amen. Sag mal, Fasten verändert Gott nicht. Du kannst durch Fasten nicht Gott den Arm umdrehen, irgendwas zu tun, was er nicht tun will. Also verstehst du, du kannst so lang fasten, wie du willst, dass diese Frau, du denkst, dass sie deine Frau ist, dass sie endlich ja sagt zu dir. Du kannst so lang fasten, wie du willst, wenn es nicht der Wille Gottes ist und wenn die Frau einfach auch nicht will, verstehst du, wirst du diesen Willen nicht brechen durch Fasten. Durch Fasten kann man nicht Gott den Arm umdrehen, aber Fasten verändert uns. Sag mal zu deinem Nachbarn, Fasten verändert dich. Und Fasten verändert den zweiten Himmel um dich herum. Nicht den dritten Himmel, der ist immer gleich. Die Herrlichkeit Gottes ist immer dieselbe und sie gehört uns, verstehst du? Du verdienst ja nicht die Herrlichkeit Gottes durch Fasten. Aber der zweite Himmel um dich herum wird verändert durch Fasten, weil durch Fasten positionierst du dich. Durch Fasten erklärst du auch im Sichtbaren deinen natürlichen alten Menschen für tot. Und das ist ein Schlüssel tatsächlich dafür, um das neue Leben in seiner ganzen Fülle zu erfassen und wirksam haben zu lassen. Und natürlich, wir erklären uns im Glauben für tot. Wir sagen, wir sind mit Christus gekreuzigt, nun leben nicht mehr wir, sondern Christus lebt in uns. Aber ich sage dir, du kannst diesen Glauben auch unterstreichen dadurch, dass du einfach in bestimmten Zeiten dich entscheidest, deinen natürlichen Körper in Unterordnung unter deinen Geist zu bringen. Weil das ist, was du tust, wenn du fastest. Du bringst deinen natürlichen Körper in Unterordnung. Weil dein natürlicher Mensch ist nicht für Fasten gemacht. Amen. Das siehst du bei den Tieren. Die haben keinen Geist. Egal was du versuchst, du wirst dein Tier nicht dazu bringen, seinen Körper in Unterordnung zu bringen. Und wenn es Hunger hat, nicht mehr zu schreien. Das ist so. Aber wir sind Geist. Und das unterscheidet uns vom Tier. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Und wir haben die Fähigkeit, unseren natürlichen Menschen in Unterordnung unter unseren geistlichen Menschen zu bringen. Und ein Ausdruck dieser Unterordnung ist Fasten. Ein Ausdruck, ich sage nicht der einzige, aber ein Ausdruck dieser Unterordnung ist Fasten. Und deshalb bewirkt Fasten tatsächlich, dass unser geistlicher Mensch, der wir sind in Christus, dass er manchmal leichter die Oberhand gewinnen kann. Fasten macht dich geistlich oft sensibler für die Dinge, die Gott für dich hat. Für die unsichtbare Welt. Für die geistliche Welt. Fasten macht dich sensibler für das, was Gott dir sagen will. Fasten, ich sage mal, macht dich im Natürlichen leichter. Und wir von euch wissen, dass, wenn man im Ballon nach oben steigen will, muss man Ballast abwerfen. Amen. Weil wir müssen mal ein bisschen Ballast von Essen abwerfen. Müssen wir unseren vollen Bauch abwerfen, damit wir höher steigen können. Es muss manchmal leichter werden, damit wir höher steigen können. Halleluja. Und deswegen ist Fasten eine effektive Art und Weise, wie tatsächlich du leichter die Impulse Gottes für dein Leben wahrnehmen kannst. Wie kreative Ideen kommen, wie Limits deines Verstandes gesprengt werden, kannst du erleben. Halleluja. Wie du Dinge siehst, wie du in die Zukunft siehst. Weißt du, was die Schriftstelle ist? Offenbarung 4.1. Komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass Gott nicht will, dass die Gemeinde Jesu unvorbereitet in die vor uns liegenden Monate und Jahre geht. Amen. Ich übe mich nicht darin, irgendwelche Ereignisse vorauszusagen. Aber von meinem Empfinden her würde ich sagen, es ist absolut notwendig, dass wir uns vorbereiten. Amen. Und mit vorbereiten meine ich nicht, in erster Linie jedenfalls nicht, jetzt irgendwelche Vorräte zu horten und irgendwie uns einzugraben oder einen Bunker zu bauen. Oder einen Kopf in den Sand zu stecken, so nach dem Motto, okay, es wird alles immer schlimmer und deswegen, wir warten, dass der Herr uns abholt. Nein. Ich habe es am Anfang gesagt, wir haben den Auftrag, die Wiederkunft Jesu zu beschleunigen. Weißt du, wenn Christen nur den Kopf in den Sand stecken, dann kommt das sowieso nicht. Amen. Das ist die falsche Strategie. Sondern die richtige Strategie ist, das Reich Gottes so heftig und so stark und so mächtig wie irgend möglich auszubreiten. Amen. Die Strategie ist, mit dem Himmel zu partnern und wirklich mit dazu beizutragen, dass zum Beispiel Habakuk 2, Vers 14 erfüllt wird. Wo es heißt, die ganze Erde wird davon bedeckt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Also diese Welt braucht eine Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Amen. Diese Welt braucht einen offenen Display der Herrlichkeit Gottes. Diese Welt braucht die Manifeste der Gegenwart Gottes, braucht eine Manifestation der Person von Jesus. Wie viel können Jesus heute Morgen hier spüren? Weißt du, als wir vorher gesungen haben, alle zusammen, Jeschua, Jeschua, weißt du? Jesus geht durch den Raum. Also das ist nicht vergleichbar mit irgendetwas anderem. Christen können alle möglichen Strategien haben, wie sie am besten Menschen erreichen und Programme und 10-Punkte-Schritte und was weiß ich was. Aber ich sage dir, nichts wird die Menschen so effektiv wirklich an das Herz Gottes ziehen, wie seine Gegenwart. Und deswegen glaube ich, es ist ein wesentliches Anliegen, die nächsten zwölf Wochen, dass wir wirklich im Gebet und unterstützt mit Fasten wirklich freisetzen, dass diese Gegenwart Gottes, dass diese Manifestation der Herrlichkeit Gottes sich in einer neuen Dimension durch die Gemeinde Jesu offenbaren kann. Amen. Halleluja. Angefangen in unserem Leben, über unsere Gemeinden, über den ganzen Leib Christi, egal welche Kirche, egal welche Denomination, Gott möchte sich offenbaren. Halleluja. Aber es liegt an uns, die Weichen zu stellen. Also, Fasten verändert nicht Gott, sondern uns und den zweiten Himmel um uns herum. Es gibt mehr Klarheit, mehr Durchschlag, mehr Effektivität, mehr Autorität und übrigens auch mehr Freude. Amen. Halleluja. Was hat Jesus gesagt? Wenn ihr fastet, dann lauft nicht herum, so wie die Pharisäer und Heuchler, damit sie alle sagen, ich faste, ich faste für den Herrn. Ich bin schon am dritten Tag. Nein, wenn du göttlich fassest, wenn du geistlich fassest, dann bedeutet das, dass der Himmel sich für dich noch mehr real macht, dass er noch realer wird für dich und das ist ein Grund zur Freude. Halleluja. Vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Und wenn du in die Bibel reinschaust, gerade auch ins Neue Testament, dann stellst du fest, dass Zeiten des Gebets und des Fastens sehr häufig am Anfang neuer geistlicher Durchbrüche standen. Ich meine, angefangen mit Jesus. Als der Geist Gottes auf Jesus kam am Jordan, als er getauft wurde, ist er nicht als erstes nach Nazareth gegangen und hat gepredigt, der Geist des Herrn ist auf mir. Wie von euch wissen das? Sondern was hat er als erstes gemacht? Also als erstes ist er in die Wüste gegangen und hat 40 Tage gefastet. Können sagen, jetzt hat er ja den Geist gehabt, warum hat er jetzt gefastet? Am Anfang neuer geistlicher Zeitabschnitte stehen oft Zeiten des Gebets und des Fastens. Bevor der Apostel Paulus und der Apostel Barnabas, die ja zusammen am Anfang im Dienst unterwegs waren, bevor diese beiden in den Dienst ausgesandt wurden, sie waren ja einfach Lehrer und Propheten gewesen in der Gemeinde in Antiochia. Und bevor sie ausgesandt wurden, heißt es, hat die Gemeinde eine intensive Zeit des Fastens und des Gebets durchlaufen und in dieser Zeit hat der Heilige Geist zu ihnen gesprochen und hat gesagt, jetzt ist die Zeit für Paulus und Barnabas, in diese neue Dimension ihres Dienstes zu gehen. Amen. Wenn du in deiner Berufung und in deiner Bestimmung in ein neues Level, in eine neue Ebene durchbrechen möchtest, dann empfehle ich dir diese nächsten zwölf Wochen. Amen. Weil du wirst Weichen stellen für die Zukunft. Ich empfehle dir, dich zu positionieren. Halleluja. Ich empfehle dir, dich eins zu machen mit dem, was Gott jetzt sagt, weil ich glaube, dass es sein Wort ist. Er wird Entscheidendes tun, wenn wir dieses Zeitfenster benutzen oder gebrauchen. Halleluja. Amen. Zeiten des Gebets und des Fastens stehen oft vor Zeiten des Durchbruchs. Ich glaube, dass Gott uns als Leib Christi nochmal eine gewaltige Stufe nach vorn katapultieren möchte. Halleluja. Amen. Uns über alle Krisen hinweg katapultieren möchte. Weißt du, was ist so interessant? Ich hatte heute Nacht auch einen Traum. Und in diesem Traum ging ich so einer hohen Felsklippe entlang. Es war wirklich sehr hoch. Ich schaute so runter, es war eine Insel und ich schaute so runter und unten war der Hafen und ein paar Hotels auch und Strand und so weiter. Und ich war ziemlich hoch oben so in den Bergen, aber es war nicht weit entfernt vom Strand, weil es sehr steil nach oben ging. Aber ich war definitiv ein paar hundert Meter über dem Wasserspiegel und ich schaue so runter und es war alles ganz friedlich da unten. Und plötzlich sehe ich, plötzlich spüre ich, dass Tropfen von Gischt bis zu mir spritzen. In mehreren hundert Meter Höhe über dem Strand. Und dann denke ich, wow, was ist das? Und schaue runter und dann sehe ich plötzlich, wow, da unten ist ein gewaltiger Wind, also eigentlich Sturm aufgekommen. Und diese Wälder unten, das ist ja richtig gefährlich, das ist ja richtig heiß. Ich habe richtig gesehen, wie dieser Hafen überspült wurde und da war richtig was los. Und ich stand da oben, aber ich wusste, ich stehe auf sicherem Grund. Für mich war es recht nett so, diese Gischt einfach zu spüren. Es war spannend irgendwie, wow, der Wind blies und so weiter. Und ich dachte dann im Traum auch, ich muss schnell ins Hotel gehen und Irina erzählen, was da draußen los ist. Halleluja. Ja, offensichtlich waren wir im Urlaub da. Weiß den Herr, davon träumt man halt manchmal. Halleluja. Aber es war interessant, weißt du, ein Sturm kam auf und da unten war es gefährlich. Aber da oben, wo ich war, war es einfach nur Gischtropfen. Weißt du, und Gott möchte uns auf diese Ebene katapultieren im Geist. Weißt du, es mag gefährlich ausschauen in der Welt. Es mag gefährlich ausschauen für den natürlichen Christen auch. Aber ich sage dir, es ist die beste Zeit für den Christen, der in der Herrlichkeit Gottes unterwegs ist. Amen. Es ist die beste Zeit, in der du nur leben kannst. Halleluja. Es ist nicht eine Zeit, vor der du Angst haben musst, sondern es ist eine Zeit der Gelegenheit, es ist eine Zeit der Chancen. Es ist eine Zeit des Wirkens Gottes wie nie zuvor. Aber entscheidend ist, dass wir uns dafür positionieren. Amen. Wie von euch sind bereit, sich zu positionieren? Halleluja. Ich sage dir, ein paar gute Gebetsanliegen für die nächsten zwölf Wochen. Okay. Ich habe da auch eine Folie schon gemacht. Halleluja. Was wären zum Beispiel gute Gebetsanliegen für die nächste Woche? Zum Beispiel persönliche Berührung mit der Liebe Gottes. Bete wirklich für einen persönlichen Durchbruch. Bete für Durchbrechen von persönlichen Wundern. Sprich zu persönlichen Bergen, habe ich schon gesagt. Neue Dimensionen deiner Berufung und Bestimmung. Ich glaube, dass Gott da etwas vorhat bei jedem von uns. Nimm als konkreten Target, also als konkretes Ziel dir auch vor, wirklich Menschen um dich herum, die Gott dir aufs Herz legt, dass sie zu Jesus finden, dass sie zu Jüngern werden. Dass persönliche Nöte auch von Menschen um dich herum gewendet werden in diesen zwölf Wochen. Das können Nöte von dir persönlich sein, aber denk auch an die anderen. Sei nicht egoistisch in deinem Leben. Also, dass Menschen um dich herum zu Jesus finden. Dann die Gemeinde Jesu. Geistlicher Durchbruch für die Gemeinde Jesu in unserem Land. Sodass die Gemeinde zu ihrer von Gott bestimmten Stärke und Herrlichkeit kommt. Positionierung. Wir müssen positioniert sein. Alles geht um Positionierung, wenn Gott wirkt. Manche Christen denken, naja, wenn die Erweckung kommt, werde ich schon mitkriegen. Ich sage dir, Pustekuchen. Du kriegst gar nichts mit, was Gott tut. Und wenn du nicht jetzt positioniert bist in dem, was Gott jetzt tut, dann wird es dir schwerfallen, dich zu positionieren für das, was Gott morgen tut. Amen. Wir müssen immer mit dem gehen, was Gott jetzt tut. Und ich sage dir, Erweckung ist eh schon da. Amen. Ich meine, wir sehen das, ja. Die Ernte, weißt du, ist gewaltig am Wirken. Halleluja. Ist gewaltig am Laufen. Positionierung haben wir hier der Gemeinde für Durchbruch in die Ernte, die jetzt eingebracht werden soll. Wir stellen fest, wirklich eine Zunahme der Ernte. Ihr könnt die nächste Seite nehmen. Wir stellen wirklich fest, eine Zunahme der Ernte in dieser Zeit. Ich meine, beim letzten Open Air, bei der letzten Open Air Demo haben sich schon mehr als 22 Menschen zu Jesus bekehrt. Halleluja. Es nimmt ständig zu. Jetzt im Café der Begegnung für ukrainische Flüchtlinge. Beim ersten Mal haben sich sieben Leute zu Jesus bekehrt. Beim zweiten Mal haben sich schon 14 Leute zu Jesus bekehrt. Halleluja. Weißt du, da ist eine Beschleunigung in der Ernte. Jetzt im Juli, am 22 bis 24. Juli haben wir dieses gewaltige Wochenende vor uns mit Jean-Luc Traxel und Philipp Schmerold, wo wir wirklich massiv einfach mobilisieren wollen für die Ernte. Da wird man eine gewaltige Demo auch machen auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Und da glaube ich Gott wirklich für 50 Entscheidungen für Jesus allein auf dem Schlossplatz. Dafür glaube ich. Halleluja. Amen. Seid ihr da dabei? Halleluja. Erntezeit. Es ist Erntezeit. Halleluja. Die Zeichen stehen auf Ernte. Dann, wofür du auch beten kannst, was du auch dir als Ziel nehmen kannst, ist gute und göttliche Beziehungen in der Gemeinde Jesu. Da haben wir letzten Donnerstag auch dafür gebetet. Hier vor der Glory Life Schule in unserem Gebet für Deutschland und die Nationen haben wir gebetet. Wirklich Malachi 3, Vers 23, dass Gott die Herzen der Väter zu den Söhnen, der Söhne zu den Vätern kehrt. Geistliche Vaterschaft. Neue geistliche Väter und Mütter. Hervorkommen von geistlichen Vätern und Müttern. Geist der Sohnschaft. Göttliche Beziehung. Heranwachsen einer neuen Generation von 100% hingegebenen Jüngern Jesu Christi. Halleluja. Die wirklich das Reich Gottes an erste Stelle setzen. Durchbruch unter der Jugend. Amen. Gestern hatten wir ein starkes Jugendtreffen, habe ich schon gehört. Halleluja. Ihr habt gehört, am Ende lagen alle auf dem Boden. Halleluja. Und haben neue Leben Jesus gegeben. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Also Gott ist am Wirken. Halleluja. Also lasst uns wirklich die Jugend ganz besonders auch in Fokus nehmen. Einfach, dass Gott die Weichen dort stellt. Halleluja. Neue Generation. Weichenstellungen für unser Land. Nur, dass es weiß, du musst es jetzt nicht abfotografieren oder mitschreiben. Wir haben es am Ausgang ausliegen. Du kannst es einfach mitnehmen. Wir haben die Liste ausliegen. Also nicht, dass du jetzt denkst, du musst dir alles merken. Weißt du den Herrn. Weichenstellungen für unser Land. Suche nach Weisheit und Antworten bei Gott. Das ist immer mein erstes Gebet. Dass die Menschen in unserem Land wirklich nach Weisheit und Antworten bei Gott suchen. Weil der Punkt ist der, wenn sie bei Gott suchen, werden sie finden. Solange sie denken, sie können selber in ihrem Humanismus, sind sie stark, dann gibt es keine Antworten von Gott. Also lasst uns beten, dass sie suchen nach Weisheit und Antworten bei Gott. Göttlich inspirierte Strategien. Zum Beispiel bezüglich dieser Dinge, die da anstehen, wie Energie, Wirtschaft, Finanzen. Lass uns auch, das ist auch ein Target von mir jedenfalls, dass ich bete. Und dass ich wirklich sage, im nächsten Winter keine neuen Corona-Auflagen für Gottesdienste. Amen. Nichts Maske. Halleluja. Nichts irgendwas, sondern Freiheit. Amen. Denn, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja. Umkehrt zu Gott und seinem Wort und seinen Maßstäben. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, es heißt im Jesaja, es ist irgendwo, steht, wenn der Feind kommt wie ein drängendes Strom, dann richtet die Hand des Herrn einen Standard dagegen auf. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig. Gerade bei dem ganzen Thema Sexualität und so weiter. Da ist eine Agenda einfach, ich sage mal, von der Finsternis über unserem Land, was wirklich die Maßstäbe so massiv verrücken möchte in den nächsten Jahren. Und das steht wirklich unmittelbar bevor. Und die Gesetze sind schon in der Pipeline dafür. Und ich glaube wirklich, wir sollten hier beten, wirklich nur eine massive Umkehr hin zu Gott und Erkenntnis, dass es darauf ankommt, wenn eine Gesellschaft auf Dauer bestehen möchte, dass sie sich an den Maßstäben Gottes orientiert und nicht an irgendwelchen menschlichen Ideen. Nur das kann das verhindern. Und deswegen, lass uns dafür beten. Ja, lass uns dafür umkehrt zu seinem Wort und zu seinen Maßstäben beten. Und dann natürlich die aktuellen politischen Dinge kannst du auch mit in den Target nehmen. Ja, Durchbruch im Ukraine-Krieg. Dann Israel ist gerade auch wichtig auf der Agenda. Israel hat wieder Neuwahlen im Herbst. Ja, die fünften innerhalb von zwei Jahren. Israel braucht Stabilität in der Politik, weil sie sind bedroht. Sie haben so viele Anschläge momentan wie seit Jahren nicht. Islamistische Anschläge ist wirklich sehr fragil, die Situation. Also lass uns wirklich dafür Israel beten, dass sie schnell eine stabile neue Regierung bekommen und wieder stark werden, um einfach auch den äußeren Herausforderungen entgegenstehen zu können. Also das sind Anliegen. Und du kannst natürlich noch weitere dazufügen. Das sind die, die ich jetzt einfach so hatte, zusammen mit Irina jetzt die letzten Tage. Aber es gibt natürlich noch weitere Dinge. Aber ich möchte dich einfach einladen. Wirklich, mach diese kommenden zwölf Wochen. Weißt du, ich weiß, es ist auch Urlaubszeit und alles. Und ich erwarte nicht von dir, dass du in deinem Urlaub die ganze Zeit fastest und was weiß ich. Und hungrig am Strand liegst. Verstehst du? Aber weißt du, lass dir von Gott persönlich einfach Zeitfenster zeigen, wo du spezifisch aussonderst. Verstehst du, sei da vollkommen frei drin. Schreib uns vielleicht eine E-Mail, wenn du dabei bist, okay? Einfach eine E-Mail, sag, ich bin dabei die nächsten zwölf Wochen. Was auch immer das für dich bedeutet. Einfach im Gebet, im Fasten. Schreib uns einfach eine E-Mail an wunder-at-glory-life.de. Auch du über Livestream schreib uns eine E-Mail, wenn du sagst, jawohl, ich bin dabei. Wenn das Resonanz hat in deinem Herzen. Verstehst du? Darum geht es. Also ich habe das nicht leichtfertig heute gemacht, weil wie gesagt, ich bin immer vorsichtig mit solchen Ankündigungen von Zeiten und Zeitfenstern und so. Und da gibt es auch viel, weißt du, viel ist einfach nur Aufmerksamkeitsgeheische. Aber ich habe das wirklich noch nie so empfunden wie jetzt. Und nachdem dann gestern auch noch das Erdbeben kam, wusste ich, okay, also es ist wirklich ernst von Gott. Er meint es wirklich ernst und er ruft uns wirklich auf, einfach für diese Zeit. Also wer von euch heute Morgen hier spürt eine Resonanz und sagt, jawohl, da werde ich dabei sein in irgendeiner Form. Halleluja. Okay, dann lass uns einfach mal zusammen aufstehen. Halleluja. Lass uns beten. Und wenn du über Livestream dabei bist und sagst, jawohl, ich werde da auch dabei sein in der nächsten Zeit, dann schreib uns einfach eine E-Mail an wunder-at-glory-life.de und sag, jawohl, ich bin dabei. Okay, zwölf Wochen Gebets- und Fastendurchbruch, zwölf Wochen Zeit des Durchbruchs, Zeit der Positionierung, Zeit des Shifts, der Veränderung, der Vorbereitung für eine neue Zeit. Und wenn dann das jüdische Neujahr kommt, Ende September, Anfang Oktober, dass wir dann wirklich in diese neue Zeit voll reingehen. Der Abschluss dieser Zeit wird ja dann diese Konferenz sein und da können wir jetzt schon sicher davon ausgehen, dass es extrem stark werden wird. Halleluja. Aber, weißt du, auch der Vorwärts schon stark, weil wir nämlich einfach unseren Fokus ausrichten. Halleluja. Halleluja. Strick einfach mal deine Hände aus zu Gott. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen her für dein Wort, Herr. Ich habe dein Wort weitergegeben, so wie du es mir gezeigt hast, so wie du zu mir gesprochen hast die letzten Tage und wie du es auch bestätigt hast, auch selbst durch Zeichen im Natürlichen, Herr. Und so bete ich jetzt, Vater, dass du durch die Kraft des Heiligen Geistes zu jedem Einzelnen, der meine Stimme hört, jetzt redest und sprichst, Herr. Und, Herr, wenn da eine Resonanz ist in Ihrem Herzen, Vater, dann bete ich, Herr, dass du zu ihnen sprichst, auch konkret, Herr, die nächste Zeit, die nächsten Tage, die nächsten Wochen immer wieder, dass du sie auch daran erinnerst, dass du uns daran erinnerst, dass du sagst, jawohl, wir sind in diesem besonderen Zeitfenster und wir wollen dieses Zeitfenster nutzen und wir wollen es nicht einfach vorübergehen lassen und daneben stehen, sondern wir wollen wirklich mit da hinein marschieren in das, was Gott jetzt geplant hat. Und, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für eine Gnade jetzt, Herr, die auf jeden Einzelnen hier kommt, Herr. Ich danke dir, Herr, für eine Gnade zum Gebet, Herr. Ich danke dir, Herr, für eine Gnade zum konkreten Gebet, Herr. Ich danke dir, Herr, für eine Salbung, Herr, die jetzt sich auf jeden Einzelnen legt, konkret zu beten, Herr, und konkret Erhöhung zu erleben. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wie der Reinhard Bronke hat mal über Gebetserhöhungen gesprochen und dann wurde zu ihm gesagt und hat gesagt, ach, diese ganzen Gebetserhöhungen, von denen du erzählst, das sind doch alles nur Zufälle. Und dann hat der Reinhard Bronke geantwortet und hat gesagt, egal, wie du das sehen magst, aber das Interessante ist, immer wenn ich aufhöre zu beten, dann hören die Zufälle auf. Halleluja. Weißt du, Herr, Amen, und so ist es. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, ich danke dir, Herr. Ja, weißt du, du kannst ja auch sagen, zum Beispiel, ja, das Erdbeben gestern genau um die Zeit war Zufall. Ja, kannst du so sehen. Aber verstehst du, es kann auch eine höhere Bestimmung dahinter sein. Halleluja. Und Jesus, ich danke dir, Herr, für Erlebnisse, Herr, wo wirklich Gebete erhört werden, Herr. Herr, konkret messbare Gebetserhöhungen. Jawohl, so haben wir gebetet und so ist es passiert. Genau so haben wir es gesprochen und so ist es passiert. Genau zu dem Berg haben wir gesprochen und genau der hat sich ins Meer verpflanzt, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen inspirierst, konkret zu hören, Herr, konkret zu beten, Herr, und konkret zu empfangen, Herr. Und, Vater, ich bete auch, Herr, für diesen Geist des Hungers, Herr, diesen Geist der Entschiedenheit, Herr, diesen Geist der Klarheit, Herr, der uns wirklich, ja, auch vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt wirklich Zeichen setzen lässt, Herr. Zeichen setzen lässt durch Fasten, durch Verzicht, Herr, wie auch immer. Ja, das ist vielleicht auch noch ein kleiner Disclaimer, wenn du irgendwie Medikamente nimmst oder so, dann frag deinen Arzt, ob du fasten kannst. Weißt du, es gibt auch andere Möglichkeiten. Du kannst auch von anderen Sachen wie Essen fasten, manche sollten vielleicht dringend von WhatsApp fasten oder vom Fernsehen oder von Netflix oder von sonst irgendwas, verstehst du? Oder Süßigkeiten oder keine Ahnung was oder Geld ausgeben oder was auch immer. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du uns inspirierst, Herr, und danke, dass du uns motivierst, Herr, und dass du uns erinnerst immer wieder, auch die nächste Zeit, Herr. Ja, wir weihen uns wirklich dir, Herr, für diese Zeit der Entscheidung. Ja, das war auch eine Schriftstelle, die Gott mir gezeigt hat, noch Joel 4, Vers 14, von diesem Tal der Entscheidung. Ich habe wie empfunden, diese nächsten zwölf Wochen sind wie so ein Tal der Entscheidung, in der er auch die Gemeinde Jesu führt. Halleluja. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus, für dieses Tal der Entscheidung, Herr. Halleluja, Herr. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen heute Morgen hier und jeden Einzelnen über Livestream da ganz persönlich inspirierst und ganz persönlich zeigst, was es für ihn oder für sie bedeutet, Herr. Herr, wo er oder sie gerade jetzt persönlich steht, Herr, Halleluja. Wo es gerade jetzt bei ihm oder ihr persönlich wirklich auch um diese Zeit des Shifts geht, diese Zeit des Durchbruchs geht, Herr, diese Zeit der Neuausrichtung, diese Zeit der Neuorientierung. Halleluja. Halleluja.